Wir sind die ganze Zeit falsch gelaufen. Ja! Na super. Warte. Ich hab ne Idee. Noch ne Pretty Fly, weil ich wusste, dass das gut war. Ähm. Dann ist mir das hier sowas von egal. Ich benutze die Full-Helf-Piller. Und tadaa! Wuhu! War das nicht geschickt gemacht? Geschickt. Okay. Ähm. Ähm. So. Okay, die Full-Helf-Piller hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können, weil hier sind so viele Herzen am rumfliegen. Oh Gott! Oh, stimmt, ich hab hier noch... ...the Virus. Naja. Hm. Okay. Da an den komm ich nicht dran. Danke. Kooperative Mitarbeit. Er hat den Freitod gewählt. Wuhu. Wuhu. Huhu. So. Und... ...hin fort. Ah. It lives. ...wird was interessanter. Ah. Ah. Und zack. Oh. ...wuhu. Uhuhu. Ähm. Ja. So. Äh, äh, äh. Äh. Ah. Oh Gott. Uh. Uah. Wuhu. Kinder. Das wird... ...spannend. Und... ...ich freu mich irgendwie. Ich weiß nicht wieso. ...wuhu. Okay. Cathedral. Hm. Okay. Ähm. Jetzt überlege ich mal... Ach. Was überlege ich denn? Ich hab doch noch nix erreicht. Hier in der Cathedral. Da kann ich doch noch nix überlegen. Also auf. Gut Glück. Gut. Oh. Oh. Ja. Haha. Hm. Sind wir heute wieder witzig, hm? Na. Gott. Ich will nicht mehr zurück. Lass mich nicht nochmal zurückgehen. Ich will nicht mehr zurückgehen. Okay. Alles cool. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich bin mir sogar ganz sicher, dass ich das schon mal hatte. Da, 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 da. Aber ich weiß es nicht genau. Da müsst ihr mir vielleicht helfen. Oh, oh, oh. Da kam einer direkt auf mich zu. Doch ich wich aus. Da, da, da. Aha. Komm. Aber das hier... Als verlorener Folgenersatz. Das heißt hier als Ersatz. Das ist normal weitergeführt eben. Ähm... Oh Gott. Wuppa. Huh. Einfach weiter, einfach weiter. Huah. Äh, hä, hä, hä. Oh. Puh, Freunde. Das war doch... ...schon echt spannend. Boah. Ah. Was haben wir denn hier? Bad Gas. Nein, danke. Ähm. Little Gish haben wir. Wir haben das Rainbow Baby. Und die Bünde... ... ... Die Bottle... ...Pill... ...will ich nicht. Die Pill-Bottle meine ich natürlich. Huah. Oh, ho, 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 ho. Ich bin Sparta. Ah. Okidoki. Ah, ok. Ich hab irgendwie das Gefühl... ...dass er hier links ist. ... ... ... ... Dem hab ich nix mehr hinzuzufügen. Wow. Wow. Das war gerade echt crazy. Nein, 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 nein. Ich hab den Magican. Und Super Raph. Autsch. Oh, ich hab ja noch das One-Up. Tada. Schon wird alles besser. Hm, hm, hm. Deh. Oh, okay. So. Und wir bekommen ein paar Bomben. Und dürfen gegen Greed kämpfen, wenn wir denn wollen. Ganz ehrlich. Leicht verdientes Geld. Money-Brille. That's Key. For real. Äh. Nein. Ah. Wuhu. Little Geesh. Meine Damen und Herren, Little Geesh. Ah, hier wär Rage vielleicht nicht schlecht gewesen. Badadadadadadadadadadada. Das ist doch alles super spaßig. Das ist doch alles super spaßig. Nee, der Spaß ist es schon, aber... Hm. So. Was haben wir hinter Tour Nummer 3? Two of Hearts. Find ich gut. Super Rav, der uns hiermit zeigt, dass wir doch in die falsche Richtung gegangen sind. Okay. Die Pushpillen brauche ich nicht, nicht bei Brimstone. Boah. 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 Das war ein Dreck. Puh. The Magic King war das, glaube ich. Die zwei nutzlosen Dinge. Hm, hm. Da geh ich nicht durch. Nicht ohne Versicherung. Versichert. Ah, der Blot. Dieses blöde Stück. Scheiße. Uh. Das ist aber immer nicht ganz trocken. Ja. Das lief doch super. Hm. Das ist so... Nein.